Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen, bin nun nach 19 Tagen bei 2879,91. Das entspricht einem durchschnittlichen Tagesgewinn nach 19 Tagen von 97,84. Ich fange mit 40 Euro an, dann 100, 250 und so weiter. Der Wirtschaftskalender ist aktuell Ruhe. Das heißt, es sind keine wichtigen Nachrichten. Zunächst suche ich mir einen passenden Trade. Der Metatrader filmt nach meinen Einstiegskriterien. US-Dollar, Japanisch Yen. Sieht gut aus. Hier steige ich ein. Und gleich nochmal. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und mache zwischen 2 und 5 Trades, wie immer. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, findet diese in der Playlist. Beide Trades sind aktuell im Gewinn. Noch 10 Sekunden. Beide Trades gewonnen. Beide Trades gewonnen. Das entspricht einem Tagesgewinn von 106,40 Euro. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.